Bevor wir reingehen, wollten wir noch eine kleine Real-Life-Story erzählen, über die letzte Folge. Einfach so, wie dir so zustande gekommen ist, dass ihr das dann jetzt so auf YouTube gesehen habt, Sonntag mit Verspätung um 23 Uhr abends, dann irgendwann auf Spotify. Ach, ihr wollt das so zählen? Ja, ich wollte mal eigentlich, ich wollte mal die Story erzählen. Wie kam es dazu? Also, ich weiß nicht, könnte es sein, dass wir irgendwelche technischen Hürden hatten, diese Folge so zu dritt, Tremode aufzunehmen? Da muss man erst mal wenig mitbekommen, dass was abging, oder? Ich glaub auch, ja. Das Einzige, wo es für die OGs ist vielleicht aufgefallen, dass die YouTube-Folge ein bisschen später kam. Aber ich find eigentlich trotzdem wichtig, mal zu wissen im Hintergrund, wie viel Einsatz eigentlich geliefert wird, damit ihr eure Folgen trotzdem noch daily an dem entsprechenden Tag kriegt. Und ich möchte auch einfach nochmal deutlich machen, wie gut Chris sich mit Technik auskennt. Also, deswegen wollte ich das eigentlich, also, wenn ihr mal eine Technik-Ansfrage habt, haut's raus, für Chris kann alles antworten. Safe. Einfach mich fragen. Ed Rontern, wie stelle ich Phantomspeisung in meinem Großmembran-Mikrofon richtig ein? Er wird's euch raushauen. Alter, was? Phantomspeisung? Das klingt wie eine Pokémon-Attacke, Alter. Ich hab dir gesagt, 48 Volt Phantomspeisung, was es ist. Das klingt wirklich wie eine Pokémon-Attacke, hat er aber recht. Hab vergessen. Phantomspeisung ist echt so eine Attacke von Gengar oder so. Ja, true. Aber, okay, will einer die Story erzählen? Willst du die vielleicht erstmal aus deiner Sicht erzählen, Chris, oder willst du die erzählen, Nick? Boah, also, pass auf, Leute, das war so, ich konnte meine Audio-, nee, ich konnte meine Videodateien nicht rüberschicken an den Cutter. Das hat viel zu lang gedauert, aus irgendeinem Grund. Wie hat's denn gedauert? Hast du noch die genaue Stundenanzahl im Kopf, Chris? Ja, 110 Stunden hätte's gedauert und das war viel zu spät, weil wir einen Tag vor Release quasi aufgenommen haben und da waren keine 110 Stunden mehr übrig. Ich würd dir gern Ad-Libs geben und an dieser Stelle sagen, ich hab Chris dann gefragt, er hat ja teilweise Videos, die über eine Stunde gehen auf YouTube, ich hab gefragt, wie lange lädst du denn normalerweise hoch? Und er sagt so, zwei Tage. Ja. Das ist, das kann nicht sein. Ja, die Leute wissen gar nicht, was ich die ganze Zeit mach, Alter. Bei mir dauert ein Video ewig, weil ich mich mit dem ganzen Scheiß nicht auskenne. Ich mach das mit Stock und Stein, Alter. Das kann nicht sein, wirklich, das kann nicht sein. Ey, Digga, das, ja, aber wie hat denn unser Cutter nie Clips? Wie hat denn, beziehungsweise Weepster Clips, wie er ja jetzt heißt, wie hat der denn am Ende des Tages, äh, wie ist der an die Videospur von dir gekommen, wenn du die nicht hochleiten konntest, Bro? Ja, ich bin einfach mit dem Auto zu ihm gefahren, das hat eineinhalb Stunden, zwei Stunden gedauert, hab ihm, hab ihm meine Cam gegeben, der hat die an seinen Laptop angeschlossen, dann hat er sich die Datei rübergezogen, dann bin ich wieder zurückgefahren. Und das war irgendwann um drei Uhr, ich glaub ich bin um drei Uhr nachts oder so losgefahren, ich bin um acht Uhr morgens, halb vier und bin um acht Uhr morgens wieder daheim gewesen. Ihr versteht nicht, Leute, wir haben hier einen Weepster Discord-Server, wo nur wir drauf sind und unsere Cutter. Und ihr versteht nicht, was das für ein absoluter Brainfuck war. Weil ich war noch bis um zwei wach und hab versucht, das irgendwie zu regeln mit Nick, damit ich einfach schlafen kann, weil ich hab aufgegeben. Nächsten Morgen um acht, ich wach auf, ich guck auf mein Handy und guck erst mal, wie Ondan anfängt, so wie so ein Drogendealer oder so jemand, der Schulden hat, so mit seinen Videodateien zu dealen und zu sagen, reicht dir 50-50, wenn ich dir erst die eine Hälfte des Videos schicke und dann die andere. Da gibt's halt gar keinen Sinn, der hat einfach angefangen, wirklich mit den Dateien zu dealen und hat gesagt, hey, würd's dir irgendwie einfacher sein, wenn ich die erste Hälfte schicke vom Video? Und was soll denn mit der Hälfte vom Video? Hä, aber das würde doch was bringen, da kann man doch schon mal loskacken. Aber ich dachte, die Hälfte würde 50 Stunden dauern. Ja, Bro, das passt doch auch nicht. Wir haben am Samstag aufgenommen, am Sonntag sollte das Video kommen. Ja, wusste ich ja nicht, dass es so lang dauert. Und jetzt die nächste Sache, Chris hat's dann versucht, er so, ich rendere das Video, dann braucht's statt 100 Stunden 80 Stunden, okay, ne, er versucht das alles. Er merkt, so klappt nicht. Und dann hab ich auch Spaß, weil ich war so verzweifelt, ich hab mit Nick geredet, ich so, wie kriegen wir das jetzt hin? Ich hab gebrainstormt, ich hab die dümmste Idee der Welt gehabt und hab unseren Cutter gefragt, wo wohnst du eigentlich? Ich dachte, Nick hat das gesagt. Ja, er hat ihn gefragt, aber ich hab Nick gesagt, soll mir ihn fragen, wo er wohnt, so in WhatsApp. Und Nick meint dann noch so, hä, willst du jetzt, dass einer von uns da hinfährt oder so? Und ich so, nee, aber ich wollte halt mal brainstormen. Ich dachte halt, vielleicht wäre er eine lustige, vielleicht wohnt er ja zufällig in Chris' Nähe. Dann sagt er so, ich wohne da und da, also zwei Stunden weg von Chris. Und irgendwann um drei, ich lese dann so diesen Chat nach mit 70 Nachrichten so morgens um neun. Und irgendwann um drei steht dann da, ey, geht eigentlich, ich kann jetzt losfahren, wenn du willst. Oh mein Gott. Und dann einfach, wo treffen wir uns? Hauptbahnhof. Dann haben die sich um halb sechs Uhr, sagt man das so halb sechs, nicht Uhr, ne? Halb sechs. Haben die sich getroffen am Hauptbahnhof bei dem Cutter, Chris ist hingefahren. Und jetzt kommt der richtig, nochmal die Kirsche auf der Torte, die die ganze Geschichte ist. Chris hat nicht mal die Videodatei in einem USB-Stick mitbringen können, sondern er muss seinen ganzen Laptop mitnehmen, damit der Cutter das dann auf dem USB-Stick ziehen kann. Und trotzdem kam die Folge ein paar Stunden verspätet, weil es dann Renderfehler gab. Aber sie kam am Sonntag. Das ist wirklich, ich glaube, es hat noch niemals jemand so einen Einsatz für ne Podcast-Folge gebracht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Digga, sowohl unser Cutter als auch Chris, ey, man muss sagen, Chris hat reingeschissen, aber er hat gemerkt, ich hab reingeschissen und da hat er alles getan, um das wieder auszubügeln. Schau dann an dieser Stelle. Aber, Digga, also das war sehr geistig. Digga, und der Cutter hat es denn einfach um 8 Uhr angefangen noch zu cutten oder um 6, 7 Uhr? Ich weiß nicht, wer... Ich glaube, der hat das mal fängig gemacht. Der hat, glaube ich, echt noch fertig gecuttet, aber dann ging es irgendwie trotzdem nicht aus irgendwelchen Gründen, was ich bis heute nicht weiß, aber ich verstehe das eh alles nicht. Aber warum hat es denn eigentlich nicht geklappt am Ende des Tages? Ich glaube, der hatte Renderfehler einfach. Es kann sein, dass irgendwie, wenn er unsere drei Cam-Dateien hat, dass die sich im Format beißen, weil wir alle in unterschiedlichen Formaten aufnehmen. Keine Ahnung, muss er selbst fixen. Jetzt hat er ja Zeit, weil wir jetzt eine Woche vorher aufnehmen. So, wie es sich gehört. Beziehungsweise, dadurch, dass wir jetzt Montag haben und Chris diese Videos ja heute hochladen muss für den Cutter, kann er dann am Donnerstag anfangen, die Folge zu cutten, weil es wird ja 100 Stunden dauern. Ja, passt doch. Perfekt. Das ist so schlimm. Ich finde das richtig schlimm, Alter. Das wird mich so stressen. Digga, langsam ist das schlimmste. Du musst die ganze Zeit so gucken, so vier Tage lang, ob der Upload nicht abgebrochen ist. Ja. Ich könnte nie wieder schlafen, Alter. Nee, Mann. Vielen Dank.